Musik Moins Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Online-Part von Let's Play Mario Kart 3 Online So, dann wollen wir jetzt mal wieder weitermachen Ja, okay Geil Es muss einfach so sein in der Lackerstrecke, ich weiß Und ja, ich hab wieder die Texturen an Ich hab die einfach vergessen, mal wieder anzuschalten, ey Ja, Leute Ich seh grad nur, dass ich hier mitten mit Funkys hier zu tun hab, wie ihr seht, ey Also Ich hab jetzt mal wieder, ey Mit harten Gegnern zu tun Ja, super Und ja Mit dabei ist auch Ein Freund, also ne Freundin Die hat endlich mal wieder Zeit mal wieder zu zocken, weil Ja, die hatte Also bei mir war die nicht jedes Mal Also bei mir war die selten online gewesen Weil Ja, die grad vor mir ist, wie ihr seht Also die I love Jambi Und ja, die heißt Vale Ja, also steht jetzt einfach so drauf, weil Ja, ihr seht Die haben sich wohl lieb So ein Pärchen, was So, Pilz läuft bei mir Läuft, 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 läuft Nein, bitte nicht, bitte nicht Scheiße, fuck Boah, Leute, jetzt geht's grad ab Jetzt geht's grad so ab Mein Gott Ich hab ne Wolke, ich hab ne Wolke, ich hab ne Wolke, ich hab ne Wolke Ich hab ne Wolke, ich hab ne Wolke Nein, du Pfosten Nein, 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 nein Nein, nein Bitte, Tritter, Tritter, nein Fuck Aber das war grad so lach gewesen, also Ja Weil die Wolke, die, ähm, hab ich ja so vor kurzem bekommen, ne Was? Ich bin Zweiter, was? Alter, was geht? Oh mein Gott Ey, ihr seht, Leute, was, ähm Was das für Leute sind, ne Also wie viele Punkte die wir haben Leute, die Gruppe hab ich nötig, also auf jeden Fall Okay, bis gleich Regenbogenboulevard Ja, Leute Ihr wisst, dass das meine Ausstrecke ist Und, ja Das fängt ja wieder perfekt an Wenn ich nicht genug Anlachs hätte, ne Also Ich werd mal wieder hier beschraft, ey Also Das ist, ähm Ah, ich werd die nie wieder lieben Ich werd die niemals wieder lieben, ey Ohne Witz Weil ich hab die früher immer genommen und so Ich weiß nicht, warum Weil die so, grad so Weil die so wunderschön aussieht Oder so die Strecke Aber das ist ein Scherz Ich weiß nicht Das war wirklich frühe Zeiten gewesen Und Aber jetzt hat sich das geändert Das ist meine Ausstrecke Jetzt wär immer So Okay, ich hab Für euch auch, ähm Ja Ich weiß nicht Ob ich vielleicht noch Neuigkeiten hab Aber Ähm Ja Oh, oh, oh Geil, geil Ich hab den noch Ich krieg den noch hin Wie geil ist das denn Okay Leute Ich hab Pro Skills Das geht bei mir echt grad ab, ey So Da seh ich schon Die Vale, ne Die sich grad Mit Funky Kong hier Bewegt, ey Nein Ich hab den noch nicht geschafft Noch gar nicht Einmal oder so, ne Leute, ey Das ist doch echt für Kinder geeignet So ne Abkürzung, ne Also Leute Das kann jeder Anfänger oder so Also ohne Scheiß Ich bin so ein Anfänger Also ein schlechter Anfänger So Okay Ach, ach Jetzt, ähm Hab ich grad nen Gedanken So, ähm Dass ich, äh Ja Ich Hab gestern So ne kleine Panne gehabt Also Ja Ich hatte vor kurzen Stunden Also vor paar Stunden Kein Internet gehabt Das lag dran Dass mein, äh Bruder das Internet Reconnecten wollte Weil das Internet So scheiße war Wirklich Also Wir konnten auch Also ich konnte auch gar nicht Vernünftig online zocken Weil ich Wie soll ich sagen Ich hab mich die ganze Zeit connected Und hab jedes Mal DC bekommen Also Ich hatte wirklich Ich konnte mich gar nicht connecten Das war wirklich so Also Das war echt ein Fettes Problem gewesen Das war echt So schlecht gewesen Also Da kommt Also es kommen wirklich Tage Dass das Internet Wirklich Jedes Mal Rumhängt Und Dass da echt Dass das Die ganze Zeit nur lackt Und rumlackt Und sowas Internet Ey Wirklich Also Das ist nicht normal Und Ja 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 War mein Bruder Der war daran schuld Aber Wer hat das dann zum Schluss Dann wieder Gerätet Ne So dass ich wieder Internet hab Und Ja Ich hab das Also mein Bruder Hat das Ja Hab ich auch schon gesagt Das ist Ja Wir haben so eine Box So von Telekom Und Ja Wir hatten uns dann informiert Da So So dass wir Probleme hatten So mit dem Internet Und Ja Dass wir so eine Störung hatten Mit dem Internet Und Ja Ich bin trotzdem jetzt Happy Dass ich wieder Internet hab Und Dass ich jetzt wieder Viele Parts machen kann Und Ja Dann muss ich jetzt Wieder aufhören Und Bis beim nächsten Mal Haut rein Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal